Willkommen zurück liebe Felonenten und neuere Zuschauer und so Willkommen zum letzten Dubstubday Part von Minecraft auf der Playstation 3 Version Und hier ist dann auch schon krasser Dubstep-Scheiß aus der Dubstep-Gun von Saints Row 4, Leute! Okay, jetzt aber zurück zu unserem Projekt im letzten Part Haben wir richtig viel Zeichsel gesammelt Haben uns auch ein bisschen neue Gegend erforscht Und ich hab wieder mal festgestellt, dass meine Welt irgendwie schon ein bisschen kackei ist Aber man kann ja trotzdem gut bauen, also so scheiß es auch wieder nicht Jut, also jetzt bauen wir hier richtig schön weiter Ich wollte ja eigentlich im Laderturm pennen, da ist ja jetzt auch ein Bett drin But, ähm... Jo, es war ein Creeper im Turm, deshalb konnte ich hier nicht pennen Jetzt ist er aber weg So, und jetzt baue ich das ganze Schissen hier zu Ende Jo, also ich baue das hier mal schnell dicht Weißt du Bescheid? Wuhu! Dubstep! Das ist der normale Mix jetzt von der Dubstep-Gun Den müsste wirklich jeder Saints Row 4 Zocke auch auf jeden Fall kennen Es gibt halt noch ein DLC für weitere Songs für die Dubstep-Gun Aber das ist jetzt Standard Jo, da ist der Standard-Mix Oh nein, das ist nicht gut Ich bin wieder heruntergeflogt Und auch immer dieses Außenrum-Gerenne, weißt du? Das kotzt mich auch an Ich mach hier mal weg Mach hier mal auf So, hab ich hier nicht irgendwo noch Das ist jetzt... Hm... Egal, jetzt ist hier einfach eine Lücke, fertig Jo, ab wieder nach oben Ich brauche dringend Fackeln und so Zeug Hab ja Kohle genug En masse hab ich Kohle, Leute En masse Dann renne ich mal rüber zur Werkbahn Die könnte ich jetzt auch abklatschen und eigentlich da rein buxieren, weil... Ja! Das machen wir doch So Und was ist hier drin? Nichts Siehste Kann man auch abhacken Was soll das denn jetzt? Ich will keine Beschreibung Leder von Büchern Ja, okay, gut Hab wieder was Neues gelernt Ach, geh doch Was ist denn? Oh Oh, ich hab wieder Oh, come on Dein Scheißendrick Ernst, oder was? Ja gut, dauert jetzt einfach ein bisschen Genießt die Dubstep Gun Music Haaa Fuck Ach, scheiß doch drauf Und hier sind natürlich zu viele Sachen drin, die lasse ich jetzt einfach mal die Truhe Ich hab so gewusst, dass ich nicht kriege jetzt den Ofen Ich hab so gewusst, Junge Na egal Sooo Dann mach ich hier Die Werkbank hin Plopsen So Und dann baue ich mir halt einen neuen Scheißdrecksofen Da hab ich sonst nichts zu tun So Klasse Dann tu ich jetzt 12 rein und Hab ihr nichts zum Brennen Außer Sand Ich könnte Glase machen Gute Idee Sooo Dann brauchen wir ein neues Werkzeug Hab ich aber wieder nicht Da fehlt mir wieder Sticks So Jetzt äh Steinspitzhäckerle Dann Und 1 2 500 Steinschwerter Eine Truhe Ups Aha Ach du Arsch Komm So Dann tu ich hier mal die ganzen behinderten Werkzeuge rein So Axt 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 Ja und den Rest den brauchen wir Das wisst ihr ja Ja gut Das jetzt auch wieder nicht aber Der Rest ist drin So was wir auch noch brauchen Ist Fackeln F** Axt 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 Wo finde ich die nochmal Leute Wie war so behindert Ähh Axt 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 Wenn wir Ne Stadt hier Und paar Monster schon spawnen Wollen wir ja nicht gell Ne Das wollen wir wirklich nicht So jetzt gehen wir hier Und jetzt bauen wir hier schön weiter Wie soll ich jetzt wieder da hochkommen? Du bist ja wieder lustig. Ich habe jetzt natürlich... So. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Ups. Der scheiß Baum hat sich immer noch nicht komplett abgemischt. Finde ich jetzt irgendwie dumm. Muss ich ihn halt selbst noch abhacken. Auch okay. So. Dubstep-Bowing. Building. Dubstep-Crafting. Gedöns. Full-Krasser. Shit und so. Wisst ihr Bescheid? So. Das wird ein feiner Lager-Turm. Klatsch. Die Klatsch. Ach ja. Ein Gigaprojekt. Das ich im Moment ganz alleine fertigstellen muss. Na ja, aber das sind ja wieder Special Parts und da bin ich halt alleine unterwegs. Hier Dubstep-Parts und so. Das ist alles ein bisschen Special, da bin ich halt alleine da. Weil sonst läuft ja die Musik nicht, deshalb muss ich alleine da sein. Also kann jemand aus meiner Freundschaftsliste beitreten, weil sonst hört die Musik auf. Was ich immer noch voll dumm finde, irgendwie. Aber na ja, so ist es. Irgendwie, warum... Irgendwie, ich hab's das Gefühl, dass es noch irgendwo ein Stück Holz ist. Ja, siehste. Wie dumm. So. Ich hoffe, das war's jetzt aber, weil... Sonst krieg ich... Äh, die Krise krieg ich Staunen, weißt du. Zack. Zack. So. Geben jetzt wieder. Aha. Lass dich mal mal, nehmisch. Au! Das ist die Shilomongo. So, da haben wir gesagt, das ist das Dach. Warte mal, ich setz ein paar Fackeln hin. Fucku! So. Und da noch welche und hier noch. Hey! Und da noch. Und hier noch. Ja. Und hier noch. Am besten. Dass wir hier wirklich schön in Sicherheit sind. Sonst... Sieht's scheiße für uns aus. Haben wir noch? Ja, wir haben noch. Oh, wir haben noch en masse. Wir haben noch genug von dem Scheiß am Stab. Siehste? Oh. Plopp. Ha. Wir brauchen erstmal das. Oh. Also wie gesagt, das ist jetzt erstmal das Grundgerüst. Ja, also das... ...baue ich dann schon noch schöner aus. Kommt dann noch ein geiles Dach und alles hin. Schöne Mauern, Fenster, alles mögliche. Wie gesagt, ist das halt jetzt erstmal wirklich nur das Grundgerüst. Mehr ist das halt nicht. Ein Grundgerüst muss ja erstmal stehen, weil sonst... Ja. Danach kann man sich um die Details kümmern. Muss ich ja dann auch machen. So. Jetzt haben wir es hier noch so einen Holzkasten im Weg oder warum? Och Mann. So dumm. So, jetzt aber. Jetzt ist Schluss mit lustig, ja? Sonst... Sonst kacke ich dir irgendwo hin. So. Ja. Nein, da ist auch noch was. Och Mann. Deine Ernsthaftigkeit, oder was? Ich hab mich in meinem Headset-Kabel verschanzt. Was ist das denn hier? So, jetzt hier. Plops. Das ist alles weg, Leute. Das ist alles weg. Ich kann das einfach nicht gebrauchen. Gut. Ah! Ach du Scheiße, Mann. Jetzt wäre ich doch fast draufgegangen. Ohne Scheiß. Oh Mann. Alter, wird Zeit, was zu essen. Ah! Ah, nein. Nicht der Creeper. Fuck. Fuck, wo ist er? Fuck. Alter, leg mich doch am Schuh. Oh, Mann. Oh mein Gott, er kommt hoch. Oh mein Gott, nein. Nein, da ist er. Da ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat mich gesehen. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Shut the fuck, it's going on the bitch. Na, scheiße. Scheiße. Gibt's hier was zu essen, Mann? Hallo Nein, warte, ich klatsche hier einfach mal alles rein, weil wichtig Wow Voll krass Okay Jetzt kannst du mich von mir aus verdichten, wenn du Lust hast Sieht ja interessant aus Einfach nur so ein Klotz im Prinzip im Moment Wie gesagt, wird noch viel geiler Die Lorai-Brifts, wie gesagt, baue ich auch noch mal weiter aus Dann müsst ihr hier so Und dann müsst ihr da rüber Oh, alter Scheiß, Creeper-Gedöns hier, ey Ohne Witz Das ist ja nicht mehr normal Oh, da ist noch einer Oh mein Gott, das sind drei Oh mein Gott Ach du Ficken Nein, nein, und ein Zombie Dein Gesicht, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, noch so einer Oh mein Gott, oh mein Gott Noch ein Creeper, alter, nein Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Scheiße, man Ein halbes Herz, alter Oh, verdammt Ist ja nicht normal Ist ja übel Das ist nicht Boah, noch mehr Eichenholz, war da geil Die können wir gleich mal mitnehmen dann So, ein bisschen Erde nehmen wir auch mit Damit wir ein bisschen Turm bauen können Damit wir ein bisschen Gerüst haben Die Truhe nehme ich auch gerade mal mit Alter, war das übel, Mann Scheiße, Alter Nee Never Never, never Wieso fühlt sich mein Leben nicht? Ah, jetzt Ich glaube, es fühlt sich schneller, wenn wir rumstehen, oder? Nö Egal Pff, alter, echt übel Übelte Leib Übelte Leib doch Fug Schwede Fug Ja Alle schon mal Tschüss und so Und das war ja jetzt echt nochmal heftig Im nächsten Fall machen wir dann an unserem Turm weiter Da stimmt noch so ein hässlicher Mongo-Creeper Ich glaube es nicht Das war jetzt echt spannend Ich habe trotzdem Oh, ein Ender Hast du das gesehen? Das ist ja Wahnsinn Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten Er hat mich eh nicht gesehen, der Junge Ups Da spawnt er in der Gegend rum Das gibt es ja nicht Die leben hier alle noch Naja, wie gesagt Wir sehen uns auf jeden Fall mal im nächsten Part Danke fürs zu sehen Wie immer gibt es in der Videobeschreibung Natürlich den Link zur Playlist Also reingehauen Euer Game Chicks Das waren die Dubstep Days Ciao Genau Nächstes Mal geht es nochmal weiter Das waren die Dubstep Days Also jetzt, also ciao Ach du Scheiße, was Ach du Scheiße, was ist das denn? Was? Oh Gott, oh Gott Hallo? Oh mein Gott Oh mein Gott Aua, jetzt lauf halt